Die so gefürchtete 1. Viertelstunde überwunden. Gaudino auf dem Weg zum 1 zu 0. Ich behaupte mal fast, das ist die halbe Miete für die Eintracht. 16 Minuten gespielt. Ein Fehler in der spanischen Abwehr. Gaudino passt auf, behält die Ruhe, umspielt Torhüter Liano das 1 zu 0 für Eintracht Frankfurt auf des Gegners Platz. Toll gemacht. Für ihn auch, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Treffer. Denn in den letzten Wochen, ich habe es vorhin kurz schon gesagt, hat er nicht die Form, die man eigentlich von ihm gewohnt bei den ersten 10, 12 Spielen der Liga gebracht.